Wenn die Nacht die Welt in Schatten legt, zeigt Pro 7 Max seine dunkle Seite. Übernatürliche Kräfte, blutrünstige Zombies und ein liebes toller Vampir im Kampf gegen die Dämonenwelt. Schonungslos, anders. Die neue Erwachsenen-Anime-Reihe. Mit Deadman Wonderland, High School of the Dead und ein 8 Blatt LED. Heute ab 0 Uhr auf Pro 7 Max. Bis zum nächsten Mal.